Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Fenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht. Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Schauen wir mal zusammen. Wow, gefuerte. Also Zwilling hinter dem Deck ist ein König der Schwerter. König der Schwerter, Luft-Element wie du. Stänzeichen Wassermann ist sehr stark auf dem Tisch. Stänzeichen Wassermann, aber natürlich Waage, Stänzeichen Waage oder Zwilling kann auch sein wie du. Also König der Schwerter hinter dem Deck ist eine wichtige Energie, für mich eine ähnliche Energie wie die Gerechtigkeit. Wir könnten hier perfekt mit einer juristischen Situation zu tun haben. Sogar mit der Polizei zu tun haben, wenn wir so wollen. Also dieser König ist natürlich schon eine wichtige Energie Energie, was mit Unterlagen, Dokumentation, Papieren, Bürokratie zu tun hat. Also nur damit du dir eine Idee hier machen kannst. Es kommt jetzt auf deine Situation drauf an, ob du in so einer Situation momentan bist, wo du eine wichtige Kommunikation erwartest, was von einer Behörde kommt. Das kann Finanzamt sein, das kann irgend nochmals eine Behörde, wo man noch Dokumentation abgeben muss oder manche Unterlagen und so Sachen, ja. Das kann natürlich auch mit einer Operation zu tun haben. Also dass man eine OP, ja, haben wird. Also irgendeine Operation gibt es hier. Das ist der König der Schwerter. Ja, ja. Schau mal bitte jetzt hier. Zwilling, also siebende Stäbe und König der Schwerter. Beide Karten entreden auch über Grenze setzen, ja. Eine Person die Grenze setzt, ja. Das ist das Gefühl hier auch. Siebende Stäbe, du siehst, eine Person stellt sich auf eine Defensive, eine Person stellt, stellt sich Kueya dar, setzt Grenze und der König der Schwerter kann auch darüber reden, über eine Person die Grenze setzt, ja. Hier ist das sechste Kerlchen, ist eine Karte der Vergangenheit, spricht über die Vergangenheit, spricht über die Familie, über Kinder. Ja. Zwilling, schaue bitte, welche Karten für dich gekommen sind, ja. Also ich finde es total interessant. Drei der Kirchen, Aste Schwerter und die Karte der Stern. Und jetzt bin ich am Nachdenken, ja. Weil, das kommt mir bekannt vor, hatten wir das schon nicht mal gehabt bei dir, die Karte der Stern in dieser Position. Also, Zwilling, ich sehe eine neue Mentalität hier. Wir reden über eine neue Mentalität, ja. Diese beiden Karten reden über Klarheit und natürlich auch über Entscheidungen. Also, Zwilling, ich könnte hier gerade sagen bei dir, dass wir wirklich hier über Entscheidungen reden. Und das hat mit manchen Freundschaften zu tun. Freundschaften der Vergangenheit. Menschen, mit denen du viel zu tun hast, ja. Schon sehr lang. Also, Menschen, die du schon sehr lang kennst, weil sechste Kerlchen kamen nämlich auch. Also, es kann möglich sein, dass wir hier über Menschen reden, die du schon seit deiner Kindheit kennst, ja. Menschen, die du schon seit deiner Kindheit kennst. Und irgendwie gibt es, es ist irgendwie das Gefühl hier, man bekommt eine neue Mentalität und ich setze klare Grenzen mit diesen Menschen, mit diesen sogenannten Freunden. Und das zeigt sich sehr positiv für mich. Also, diese Grenzen, die ich setze, diesen Entschluss, den ich mache, ich mache einen Entschluss, ein Ende mit manchen Verhältnissen, ja. Das bewirkt eine positive, ja. Es ist positiv für mich. Die Karte der Sternen spricht ja über eine Reinigung, ja. Zwilling, eine Heilung, eine Reinigung in der Energie. Die Karte der Sternen ist eine positive Energie. Also, ich sehe hier sehr gute Vorzeichen. Das ist, was die Karte uns auch sagt. Also, es gibt hier sehr gute Vorzeichen für die Zukunft, ja. Die Karte der Sternen ist keine schnelle Karte, keine schnelle Energie, aber doch eine sehr positive, weil es ist eine der besten Karten im Tarot, damit du es verstehen kannst. Also, das ist eine der besten Karten im Tarot, die Karte der Sternen spricht auch über Hoffnung, ja. Über, nochmals, dass eine bestimmte Situation bei dir durch einen guten Stern geführt wird. Es gibt hier eine Führung, eine göttliche Führung, irgendwie. Und es gibt hier natürlich eine positive Energie. Und du siehst ja, irgendwie, Sternzeichen Wassermann ist hier sehr stark zu spüren. Aber sehr sogar. Wassermann, ja. Nochmals ist hier diese Freundschaft. Irgendwie, diese Freundschaft ist hier. Es ist mehr eine Freundschaft gewesen. Aber, nochmals, ich spüre hier einen Schluss. Einen Schluss mit manchen Freundschaften und das ist für mich gut. Das reinigt meine Energie, beziehungsweise deine, ja, Zwilling. Also, das reinigt hier deine Energie. Diese Entscheidungen, die du hier triffst, reinigt ja deine Energie. Wir reden über eine interessante Energie gerade bei dir, ja, Zwilling, ja. Denn, nochmals, ich würde sagen, wir reden hier über eine neue Mentalität. Ja. Wir reden hier über eine neue Situation, auf jeden Fall. Das ist die Karte des Sternen. Und Aste Schwärter spricht auch über neue Situationen bei dir. Schau mal, zwei Karten sind rausgerutscht. Puppe des Schwärter, Puppe des Kerlchen. Auch interessanter. Hier sind zwei jüngere Energien. Wir reden ja über Freundschaften oder die sogenannten Freunde. Zwei sind rausgekommen. Wir können natürlich auch über Kinder reden, eigene Kinder. Oder es kommt darauf an. Aber du siehst ja, ich sehe hier viele Menschen. Die Karte der Ehre mit in der Mitte. Nummer 9. Das hat es bei Sternzeichenschutze sehr, sehr stark gehabt, ja. Vier der Schwerter. Ja, in manchen Fällen hast du mit Sternzeichenschutze irgendeine Verbindung, ist hier zu spüren. Sternzeichenschutze hatte vier der Schwerter in der Mitte auch gehabt, ja. Hier gibt es diese Pause oder diese keine Kommunikation. Oder nochmals, Zwilling, war hier eine Person jetzt krank, ja. Weil bei dir könnte möglich sein, dass wir hier darüber reden, dass eine Person krank war. Und deswegen die Karte der Stern, die Karte der Heilung hier. Die Karte der König der Schwerter. Diese Operation, ja. Die Heilung. In der Mitte für dich der Ehre mit. Einen wichtigen, großen Arkana. Sternzeichenschutze. Jungfrau. Nummer 9. Wir reden über einen Zyklus. Die Karte der Ehre mit spricht über eine Person, die sehr lang allein ist. Eine Person in einem spirituellen Weg. Und nochmals rede ich hier über eine Person, die keine Kommunikation macht. Eine Person, die sich zurückzieht. Eine Person, die in einer Heilung ist. Aber eine Person, die sehr viel Weisheit hat. Viel Erfahrung im Leben. Diese Karte spricht nicht über eine jüngere Energie. Das ist mehr eine reife Person, eine reife Energie. Die Karte der Ehre mit, er bekommt auch Klarheit. Ich würde sagen, Zwilling, ich würde sagen, bei dir spricht man nur über Klarheit. Also. Interessant. Also Zwilling, Jungfrau ist hier. Ich weiß nicht, ob du mit Jungfrau zu tun hast oder was das hier ist. Aber momentan finde ich es einfach nur ziemlich interessant. Ja, aber nicht nur wegen deiner Legung gerade hier, sondern durch andere Legungen. Also, zweite Kerlchen, die Karte der Ehre mit und der Stern. Du weißt ja, der Ehre mit sucht ja auch nach seinen Stern. Der Ehre mit hat seinen Stern jetzt gefunden. Diese Person hier bekommt Klarheit und Licht und weiß, dass eine bestimmte Person hier seinen Seelenpartner ist. Das Gefühl wäre hier, ich weiß nicht, wer der Ehre mit jetzt ist, ob du das bist oder ob das sich für die Crosswatcher spiegelt, ja, die Legung. Aber eine Person bekommt hier Licht und Klarheit und weiß, dass einen Seelenpartner gefunden zu haben. Also ich weiß, dass ich meinen Seelenpartner oder meine Zwillingsflamme begegnet habe, gefunden habe. Ich habe die Person begegnet, ja. Ich habe Klarheit und Licht in dieser Situation. Ich habe meinen Stern gefunden. Das ist das praktisch hier. Der Ehre mit hat seinen Stern gefunden. Das ist irgendwie eine Führung hier. Gerade kommen diese zweite Kerlchen sehr oft bei mehreren Sternzeichen, diese zweite Kerlchen. Sternzeichen Wassermann, Sternzeichen Krebs, Jungfrau, Sternzeichen Wider. Starke Energie, eine starke Energie, eine starke Energie. Die Karte der Stern spricht auch über Kommunikation. Aber Kommunikation über Internet vielleicht. Also, Zwilling, kann das hier sein, zum Beispiel, ich mache mit manchen Bekannten oder Freunden einen Schluss. Ich setze klare Grenzen in meinem Leben mit manchen Menschen. Und weil ich jetzt weiß, ich habe gerade meinen Stern gefunden. Und diese Person in manchen Fällen hast du über Internet kennengelernt. Oder diese Person hast du noch nie begegnet. Ich meine so persönlich. Du hast diese Person über Internet kennengelernt oder irgendwie gesehen. Aber diese Person hast du noch nie begegnet. Persönlich. Das kann eine Möglichkeit sein für eine Gruppe von Sternzeichen Zwillingen. Wenn du gerade sagst, Zwilling, ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Ja, weil es könnte so unmöglich sein, dass du sagst, ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Kann das sein dann, dass eine Person dich beobachtet, eine Person beobachtet dich über Internet, eine Person, einen heimlichen Verehrer oder Verehrerin, wenn man das so sagt. Also, es ist eine heimliche, eine Person, die heimlich dich beobachtet über Internet. Du weißt das aber nicht, deswegen kommt dir das hier gerade ein bisschen Spanisch vor. Du weißt gar nicht, worüber ich rede, weil dir das eigentlich nicht bekannt ist. Denn diese Person hat sich mit dir ja nie in Kontakt gesetzt. Oder diese Person hat dir das nie gesagt. Die Person hat dir nie gesagt, dass er oder sie solche Gefühle für dich empfindet. Diese Person, die ich hier habe, ist überzeugt, dass du seinen Seelenpartner oder die Person, die er sucht, dass du es bist, du weißt das aber gar nicht, weil die Person es dir noch nie gesagt hat. Diese Person ist eine reife Energie. Ich rede hier nicht über ein Spielchen. Die Person ist sich sicher, seinen Stern gefunden zu haben. Steinzeichen Wassermann, extrem bei dir. Extrem. In manchen Fällen tatsächlich Wassermann. Es kommt drauf an. Also, Zwilling, diese Person ist schon sehr lang allein. Diese Person ist in diesem spirituellen Weg, ist eine sehr reife Energie mit sehr viel Erfahrung. Vielleicht eine Person, die etwas älter sein wird als du. Diese Person ist sehr intuitiv. Und eine starke Energie. Eine starke Energie. Zwilling, ich weiß auch nicht. Also, ich würde gerne nur wissen, wie du das jetzt gerade empfindest. Weil, weißt du, was ich gerade denke? Sehr stark denke. Und ich denke, dass das tatsächlich so ist, dass du darüber gar nicht weißt, weil eine Person heimlich dich beobachtet. Heimlich. Also, ja, und du weißt das gar nicht. Dass diese Person sich kommunizieren wird, das kannst du mir glauben. Ja, das kannst du mir glauben. Denn, diese Person hier ist natürlich, er kommuniziert nicht viel, aber denkt sehr viel nach. Diese Person hat einen klaren Kopf, ist sehr analytisch, genau natürlich wie Dekater der Eremit. Dekater der Eremit und der König der Schwerter sind Menschen, die sehr analytisch sind. Eine sehr starke, reife Person sind hier mit sehr viel Charakter. Einen klaren Kopf, sehr intelligent, muss ich dazu sagen. Weil diese Menschen natürlich schon sehr viel Erfahrung haben und überhaupt eine alte Seele ist. Ich habe hier eine alte Seele, Zwilling. Die Karte der Eremit für dich in der Mitte ist hier nicht selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich. Eine Person, ich weiß nicht, wie das hier spiegelt, für die Cross-Watchers oder für dich. Ich sage nur, ich sehe hier eine Person, die eine starke Anziehung für dich zeigt. Also diese Person sieht dich wunderschön. Du bist für diese Person die Frau oder der Mann seines Lebens. Also diese Person sieht an dir alles, was diese Person sich wünschen kann. Ja, also du bist die Person für diese andere, für diese, ja. Also du bist die Person, du bist der Mann, du bist die Frau, ja. Diese Person wird sich aber schon kommunizieren. Die Kommunikation kommt. Das kannst du mir glauben. Die Person wird schon von dieser Höhle rausgehen, weil der Eremit ist ja natürlich sehr lang in dieser Höhle drin. Diese Person wird von dieser Höhle schon rausgehen, natürlich. Diese Person wird den ersten Schritt schon geben. Ja. Denn diese Person hat ja Klarheit. Diese Person, die ich hier habe, zweifelt gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe, ich glaube, ich habe schon lang, schon längst keine so sichere Energie gehabt. Ich habe erste Schwerter, erste Stäbe. Der Eremit nochmals zeigt eine starke, ziemlich starke Anziehung für dich. Ziemlich sogar. Diese Person wird dich schon einladen. Also irgendeine Einladung kommt hier. Diese Person möchte dich sehen. Du bist einen Wunsch für diese Person. Du bist einen Wunsch. Mein Gott. Du bist einen Wunsch. Einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Zwilling, ich glaube, du hast mit Stänzeichen Wassermann tatsächlich zu tun. Bei Stänzeichen Wassermann kam in diese Position auch diese Aladin-Lampe. Diese Wünschlampe, ja, diese Aladin-Lampe spricht auch über Wünsche, die in Erfüllung kommen. Das ist ein Wunsch. Du bist hier. Eine Person ist hier. Einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Du bist der Mann. Du bist die Frau, die ich mir wünsche. Du hast alles, was ich mir an einer Person wünsche. Nicht nur dein Aussehen, sondern alles an dir gefällt mir. Ja. Deine Stimme, dein Körper, dein Aussehen. Wie du redest, dass du, deine Weisheit, ja, also eine Person ist hier überzeugt, dass du die Frau oder der Mann seines Lebens bist. Diese Person mag alles an dir. Du wirst jetzt sagen, ja, aber diese Person kennt mich ja nicht, weil ich habe die Person ja nicht gesehen. Ja, aber diese Person beobachtet dich über Internet. Diese Person kann dich doch beobachten, irgendwie schon. Und das kann über Internet sein. Wir wissen ja, heute über Internet kann man ja Menschen folgen, ja. Also diese Person mag alles an dir. Deinen Körper, dein Aussehen, deine Stimme, was du sagst, wie du redest, wie du bist. Deine Weisheit und alles. Du bist ein Wunsch für diese Person. Diese Person wird von seiner Höhle rausgehen. Denn der Eremit ist sehr lang in einer Höhle gewesen. Diese Person kommt von dieser Höhle nur durch dich. Also du bringst diese Person in ein anderes Leben. Also diese Person tut Veränderungen nur für dich, nur wegen dir. Diese Person weiß, wenn ich einen Zwilling haben möchte, muss ich von meiner Höhle rausgehen. Und das muss ich machen. Und diese Person wird das machen für dich. So viel, so eine starke Anziehung ist da. Augenblick, bitte. Diese Person kann dich ja beobachten. Das ist sowieso sicher. Zwilling. Aber diese Person, also, diese Person kann dich beobachten über Internet. Weil du über Internet irgendwie aktiv bist. In manchen Fällen. Wenn du sagst, ich bin über Internet gar nicht aktiv. Dann, du gehst ab und zu mal in irgendein Geschäft oder in irgendeinem, ja, Geschäft oder Fitnessstudio oder irgendeinen Ort, wo du oft das mal ab und zu mal hingehst. Und da ist eine Person, die dich immer wieder beobachtet. Warum sage ich das? Weil es könnte schon sogar möglich sein, dass diese Person dich ansprechen wird. Persönlich. Es kann ein Fitnessstudio oder es kann einen anderen Geschäft, den du ab und zu mal vorbeigehen musst sogar, ja. Es ist egal was. Es ist jeden ein Geschäft. Wir gehen verschieden in verschiedene Geschäfte, ja. Ich kann nicht wissen, in welchen Geschäften du da hingehst, aber diese Energie ist hier. Wow, gefördert. Es gibt hier eine Erneuerung, ja. Also, wir reden hier über... Schau mal, weißt du, was der Ehre mit möchte? Der Ehre mit möchte... mit dir zusammen sein. Das ist, was der Ehre mit möchte. Der Ehre mit will... wird eine Entscheidung treffen hier. Wird eine Entscheidung treffen. Denn... bekommt auf jeden Fall Klarheit. Schau mal bitte die Karte der Stern mit der Karte der Epiphanie. Ja, diese Epiphanie. Eine Person, die einfach eine Klarheit bekommt. Eine Erleuchtung. Eine Person bekommt irgendeine Erleuchtung. Zwilling, was ist das hier? Aber schau mal. Die Karte der Ehre mit... hat auch eine Laterne hier. Also, tatsächlich, alle drei Karten reden über eine Erleuchtung. Ja? Eine Epiphanie. Die Karte der Stern genauso. Es ist eine starke Energie bei dir, Zwilling. Und ich meine, ich bin ja intensiv. Aber du merkst ja, ich mache mir hier ja nicht vor. Oder? Ich bilde mir ja nicht ein. Du siehst ja, welche Karten gekommen sind. Das ist ja eine Bestätigung sogar. Diese kleine Karte ist eine Bestätigung für die Karte der Stern. Wir reden schon über eine Erleuchtung, die man bekommt. Eine Klarheit. Der Ehre mit ist sich sicher. Ich möchte dich haben. Ich zweifle hier nicht. Ich möchte dich schon haben. Ich möchte mit dir Urlaub machen. Ich möchte mit dir in einen Wellness gehen. Ähm, ja. Einfach du und ich Urlaub machen. Ja? Und, ähm. Diese Karte sprichst du über Vertrauen. Vertraue tatsächlich. Und vertraue dieses göttliche Timing. Ja? Weil dieses göttliche Timing bestimmt ja dein Liebesleben. äh, Zwilling. Äh, Zwilling. Also du musst tatsächlich vertrauen, dass das, was ich dir gerade sage, so ist, wie ich dir das auch sage. Vertraue. Habe Geduld. Ja? Ja? Habe es nicht eilig. Ja? Vertraue diese, diese göttliche Zeit. Denn wir haben hier ja mit einer Führung zu tun. Von da aus, du musst ja vertrauen. Weil die Energie ist die, die die ist. Ja? Es gibt hier eine klare Energie. Es gibt auch eine, eine Hilfe von diese göttliche, von einem Geist. Also Zwilling, das ist hier ein Geist. Einer Pass, einen Verstorbene. Und diesen Verstorbene, den ich hier habe, hilft dir oder hilft euch in dieser Situation. Diesen Geist hilft euch zusammenzubringen. Wir reden über eine göttliche Führung. Und das ist schon mal sicher. Es gibt eine göttliche Führung hier. Wer, also ist bei dir zu Hause, in dem Haus, wo du wohnst, ist schon jemand gestorben? Also wenn du sagst, ja, in diesem Haus, wo ich wohne, ist schon jemand gestorben. Es gibt einen Geist, der euch hilft, zusammenzubringen. Wenn du sagst, also ich spüre hier einen Geist, einen Geist, der dich begleitet, der dich führt. Und diesen Geist ist bei dir zu Hause. Ich meine, ich möchte hier ja nicht keine Angst einjagen, aber so ist es. Es gibt hier einen Geist. Und diesen Geist ist bei dir zu Hause, natürlich. Diesen Geist assistiert dich, hilft dir. Also ist kein bösen Geist, ist ein guter Geist. Diesen Geist hilft dir. Hilft euch. Ja, denn momentan seid ihr in Distanz. Ja, also momentan ist es so, dass ihr auseinander seid. Also zwei Menschen sind hier auseinander, haben Distanz. Hier steht das Wort Distanz. Und genau, hier steht das Wort Distanz. Hier steht das Wort Distanz. Starke Energie. Zwilling. Augenblick, bitte. Ich muss dir eine Sache sagen, Zwilling. Also das Universum ist überall bei dir. Also schau dir bitte diese drei Karten, die ich bekommen habe. Bitteschön. Diese drei Karten, die ich bekommen habe, Zwilling, du siehst eine Frau. Überall ist eine Frau zu sehen. Das spricht hier über einen Verstorbene. Das kann eine Großmutter sein, eine Mutter, Großmutter. Oder eine Frau, die, ich weiß auch nicht, hier sieht man überall eine Frau. Und das ist ein Geist. Du hast Hilfe von unserem Universum. Du hast Hilfe von einer bestimmten Person, einer Verstorbene. Es gibt hier eine göttliche Führung. Es gibt eine klare göttliche Führung. Zwei Menschen werden zusammengebracht. Zwilling, in manchen Fällen gibt es eine ältere Person, die schon gestorben ist. Tatsächlich, eine Person ist hier gestorben. Diese Person führt dich. Also es gibt eine göttliche Führung. Ist das jetzt eine ältere Person, die im gleichen Haus wie du gelebt hat? Eine ältere Person oder älter als du? Diese Person ist gestorben. Es war für dich eine Freundschaft. Vielleicht, in manchen Fällen. Es war niemand von der Familie, sondern einfach eine Freundschaft. Diese Person ist in diesem Haus noch und diese Person führt dich, assistiert dich, hilft dir in deine Konfusion. Wenn du zum Beispiel eine Konfusion hast, ein bisschen durcheinander bist, dieser Geist hilft dir, Klarheit zu bekommen. Zwilling, das ist nicht selbstverständlich. Die Farben sind gleich. Und alle drei Karten reden über das Universum, unsere spirituelle Welt, die Hilfe von unseren Verstorbenen. Und das ist schon mal bei dir hier sicher. Ich bin mir sicher in dem, was ich dir gerade sage. Wenn du momentan konfust bist, oder Konfusion hier gab, irgendwie, eine Entscheidung zu treffen, glaube mir, Zwilling, du wirst eine Epiphanie bekommen, eine Erleuchtung bekommen, eine Klarheit bekommen. Und das bekommst du, weil du Hilfe bekommst, Hilfe von unserem Universum bekommst. Dass du Klarheit bekommst. Von diesem Orakel kam für dich, Glück ist auf deiner Seite. Ja, das Glück ist auf deiner Seite. Und kommt von deiner Komfortzone raus. Zwilling, kommt von deiner Komfortzone raus. Ordne die Situation ein. Befreie deine Freundlichkeit. Du bist doch freundlich, Zwilling. Also, befreie deine Freundlichkeit und ordne die Situation ein. Es ist einfach nur interessant. Interessant. Das Ende von einem komplizierten Zyklus, ja, also, einen komplizierten Zyklus erreicht hier ein Ende. Also, eine Lösung. Eine Situation löst sich bei dir, ja. Klar, wenn der Jung, also, wenn der Eremit zu lange allein war, er weiß nicht mal mehr, was das heißt, Lachen, ja. Das Lachen ist bei diesem Eremit auch vergangen, ja. Also, irgendwie, man weiß nicht mal, wie man lustig sein kann oder lachen kann oder irgendwie Witze machen kann oder, ja, man wird irgendwie ein bisschen langweilig, ja. Also, die Energie sagt, ja, befreie deine Freundlichkeit. Sei freundlich, ähm, ja. Stell dir mal vor, wenn das jetzt hier zum Beispiel eine Person ist, die du immer wieder mal begegnest in irgendeinem Geschäft, aber du bist in dieser Hölle, du bist ja ziemlich ernst, du lächelst nicht. Äh, klar, es ist kompliziert, ja. Aber wenn du mit einem Lächeln in einem Geschäft reingehst, äh, es ist irgendwie, äh, es fühlt sich anders an, ja. Also, ja, Lächeln ist wichtig, natürlich, unsere Mitmenschen, äh, an Lächeln und, äh, ist wichtig, ja. Also, Zwilling, ich weiß auch nicht, ich meine, ich sage dir, was ich hier habe, ich bin sprachlos, mit deiner Energie bin ich schon sprachloser. Das muss ich dir schon sagen. Was ich hier spüre, ich spüre, äh, Entscheidungen, die man trifft, einen Schluss, den man auch macht, Grenzen, die man setzt, und ich spüre hier was Neues. Ich spüre einfach was Neues. Ich spüre hier eine klare, äh, äh, Leuchtung, die man bekommt, durch Hilfe, die wir durch das Universum bekommen. Und das ist bei dir extrem, extrem deutlich. Extrem deutlich. Zwilling, das ist die Energie. Ich meine, äh, die Kommunikation ist ja da. Ja, ich meine jetzt, ähm, ich würde lügen, wenn ich dir sage, dass die Kommunikation sicher kommende Woche kommt. Also, ich würde vielleicht sogar lügen, weil die Karte der Stern ist nicht unbedingt die schnelle, eine schnelle Karte. Und überhaupt nicht vergessen, Zwilling, wir haben hier die Eremit. Die Eremit hat es nicht eilig. Die Eremit nimmt sich Zeit. Es ist kein Problem, ja. Ja, aber ich meine jetzt nur, ähm, dass die Energie, ich sehe schon, eine Person, die Klarheit und eine Erleuchtung bekommt. Ja, das sieht man ja. Eine Person, die auch kommunizieren wird, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, jetzt kommt auf die Zeit drauf an. Weil die Zeit ist anders für dich als für mich. Von da aus, wir bewegen uns alle in verschiedenen Zeiten. Also von da aus, für dich kann doch kommende Woche sein, dass diese Person, mit der er spricht und redet, für mich kann vielleicht noch eine Woche dauern. Oder zwei, drei, oder einen Monat. Ja, es ist tatsächlich so. Denn das Universum wartet, bis Menschen vorbereitet sind. Ja, bis wir beide nicht vorbereitet sind. Jeder für sich. Wir müssen ja vorbereiten. Dann kommt diese Situation nicht, es ergibt sich die Situation nicht, ja. Also das müssen wir schon, wir müssen realistisch bleiben, oder? Ich bin schon sehr realistisch. Also auf jeden Fall, äh, Zwilling. Es gibt hier eine starke Energie. Ich sehe hier eine starke Situation. Es gibt Freude. Ich meine, ich sehe hier eine interessante Energie, ja. Ja, tatsächlich. Das ist, was ich hier spüre. Einen Wunsch, auf jeden Fall einen Wunsch, den ich mir fühlen kann. Zwilling, ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.